So, da war's. Dann gleich losmachen. Hab ich hier mal... Äh, ja... Hab ich mal... Ne, ich hab noch gar nicht eigentlich durch das heutige Update hier bloß zusammen mehr. Wie man sieht, ist eigentlich nur die Beleuchtung dazugekommen. Und wer es schon ein bisschen auskennt weiß, Beleuchtung ist jetzt eigentlich nie so viel Arbeit. War's auch nie. Das Problem ist, dass was ich gemacht hab, ist schwer zurzeit zeigbar, beziehungsweise klappt noch nie. Und deswegen, äh, sind wir jetzt gar nicht der Großvater. Außer, dass der Wofür noch tanzt und dass die Landschaft, die wir ja eigentlich nicht so nennen wollten, ähm, nicht mehr so aussieht wie das EKG eines Gestörten. So weit. Ähm, der springende Würfel gefällt mir immer noch. Eigentlich bin ich schon fast ein bisschen traurig, dass es bald kein Würfel mehr sein wird. Zumindest hoffe ich mal, dass es bald kein Würfel mehr sein wird, obwohl ich traurig bin. Das ist bald kein Würfel mehr sein wird. Und ich weiß nicht. Soweit. Das ist auch einfach mal schön. Schade. Naja, also ich, zumindest wär's demnächst mal ein bisschen Objekte hier mit Gelenken und so verbinden, so dass man auch irgendwelche komplexen Körper mal bauen kann. Sprich kleine Figürchen. Und, ja, dann fangen wir mal an mit irgendwas hier drüber zu rennen. Und vielleicht kriegt man ja dann nochmal was schöneres hin und so. Ich träume. Gut, dann bis... Ach, bis was weiß ich, ist mir eingeschwurst. Es wird aufgerüst. Zitzen. ... ....